Musik Jetzt stehen da hinten, genommen Leute an Jetzt sind die alle leer 1,8 Millionen So, jetzt Geld gerettet Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich wieder nicht Nicht noch was Falsches baue Wow, ruckel, ruckel Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie mal In eine andere Richtung hinbauen kann Wenn ich hier hochbaue Muss ich erstmal ganz kurz gucken Hier hinten ist auf jeden Fall schlau Wenn ich hier am Bahnhof entsetzen würde Mache ich das doch gleich mal So Muss einen Berg runter Das ist Nicht so gut würde ich sagen Das wollen muss ich dann da drüben Beziehungsweise so tief muss ich den Berg eigentlich gar nicht runter Ja, jetzt muss ich hier aber Gucken, Weichenbau fehlgeschlagen Was denn für einen Weichenbau Was denn für einen Weichenbau Achso Ich muss hier einmal hier außen um diesen Berg rum Da bleibt mir leider absolut gar nichts anderes übrig Fette Kurve Fahre ich hier am besten, ja Hier raus Mit Vollgeschwindigkeit am besten Bau dann hier genauso Genau so rüber Kollision, Kollision Hä, was hab ich da denn gemacht Kollision, Kollision, Kollision Mach ich mich schon vorher rüber Mach ich mich schon vorher rüber Ich glaube schon, ja Einmal rüber So, den Lab Den Zug, den schiebe ich mal Weg von da würde ich sagen Dass ich den irgendwie nach Hier rüber schiebe oder so So Hält schon Wird schon halten Soll mitten reinkommen noch welche Sind die richtig rum Ich glaube nicht Oder Ach, das ist nur der Schatten Okay, das ist nicht richtig War nur der Schatten War nur der Schatten Oh, jetzt mach ich aber keine Eine Million mehr Minus, äh plus daraus Das ist so ein Wagen bayerisch Oh mein Gott Das heißt, muss ich nur irgendwie versuchen Den Zug darüber zu kriegen Wenn wir jetzt Linie, 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 Linie Neue Linie Von da Nach hier hoch Aber als erstes Als aller, 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 aller Allererstes Bevor ich es wieder vergesse Was war jetzt wo? Dann ist nur so ein hier Hier einmal am besten Durch, 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 durch Und dann da dann So, jetzt können die hier hinten einmal Kann ich hier nochmal so ein Drehplattform Straßenfahrzeug so und so und so und so Hm Fahrzeugersatz Ja Eine Ehrungsschaft wurde freigeschaltet Schön Super Fahrzeug wählen Das Ding da Ja Jetzt kostet es mich ganz schön Geld glaube ich Das muss ich glaube ich nicht ändern hier Das muss ich mal machen Ja Das habe ich wahrscheinlich hoffentlich auch Habe ich nicht Ja das da Ja Stürze ich mich erstmal komplett ins Minus Fahrzeugersatz Fahrzeugersatz Fahrzeug wählen Ja Ja So Wir ersetzen einfach mal alle unsere Züge Das darf finanzen Fahrzeugschutz Fahrzeug wählen Das Ding Mit Das bayerischer Wagen Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs Sieben Ja Ich muss es im Moment noch nicht austauschen Aber das kommt irgendwann, irgendwann noch Was wollte ich jetzt machen Also ich kümmere mich hier drum Autosave Nein, falsche Richtung Manchmal gleich so hier So, so So, so Na komm Und so, so Da hinsetzen bitte Dankeschön Dankeschön Und Ah Ich habe meine Blase gelaufen Da habe ich gerade genau gegengepackt Aha Aua Aua Schön angenehm Neue Linie Von da nach da Nach da 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 Das ist jetzt Das ist jetzt Wie ist das Café jetzt? Karls Höhe Karls Höhe Zentral Ja Das schmeiß ich mal raus hier wieder Und jetzt brauche ich nur noch Straßenfahrzeuge Kaufen, 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 kaufen 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 Zuweisen Halblech Karls Höhe 52 Das ist schön Jetzt müssen wir uns nur noch um diese Linie kümmern hier Eeeeee Ja Karls Höhe Zentrum Wartet keiner Björn Ich bin auch so doof Hmhm 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 Seitdem Ja Ja So Ich gucke gerade hier auf Hilton Finger zentral Wieso die so Minus macht Okay da ist gerade jemand angekommen Fährt hier eigentlich auch schon Zug Da fährt noch keiner Nein Züge hier kaufen 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Den nach oben schieben 1, 2, 3, 4, 5 Wieso kann ich das jetzt Boah Kollision, 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 Kollision Mit was kollidiert das Nein das will ich doch nicht da hinsetzen Ich will das Hier auf Da hinsetzen Hä Warte ganz kurz Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde Wir halten mal die Zeit an So Das kommt mal weg Das kommt mal weg Das kommt mal weg Als erstes machen wir mal So hier Dann kümmern wir uns darum Dass ich Diesen Zug hier rauskriege Dass ich diesen Zug hier rauskriege Ich würde gerne da anschließen Würde das gehen Signal im Weg Wir haben hier eine kleine Signalstörung Weil es die Knalle Weg ist So dann können wir hier nochmal hinsetzen Wir sind kurvig Aber Hauptsache Dieser Zug kommt da an Dann können wir Die Bahn hier eigentlich auch wegreißen Klöch So Wir sind im 18. Jahrhundert Äh im 19. Jahrhundert Und haben wir schon so einen Schicken vollen Bahnhof Wir können es einfach Also der kommt da dran So jetzt funktioniert es Und jetzt müsste auch hoffentlich 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 Der Zug hier raus Wir hätten das auch vorher machen können Nur ich war natürlich wieder zu dumm Und habe keine Linie erstellt Nein ich will erst eine Linie erstellen Neue Linie Von da Nach da Und die Linie Und die Linie Hatte ich eben schon Die heißt Ähm Wie heißt die jetzt Stockach War das Stockach Da drüben Ja das war Stockach Stockach Nach Karlshöhe Höhe Oh ich gebe das wieder nicht Also ich Läuft mal wieder super bei mir Was war es jetzt Stockach Stockach Karlshöhe Höhe So Dann setze ich hier noch die Ja Stockach Stockach Karlshöhe So dann Geht mal Gas Darf der denn gerade raus Ich glaube nicht Weil der Zug da noch fährt Ne er fährt raus Das passt alles gut Wum 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 Wieder um die Kurve Brett hat Karlshöhe Macht inzwischen auch Lust Das ist super Dum 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 Oh ich habe so einen Nackenschmerz Ich glaube ich höre erst mal gleich auf Und ja Macht dann morgen weiter Weil Ich muss immer noch Rocket League Aufnehmen Mit dem lieben Jonas Das heißt ich muss Ich möchte immer noch Rocket League Aufnehmen mit dem lieben Jonas Und ja das Wollen wir jetzt auch Ich glaube ich mal langsam machen Wenn er denn noch online ist Ich schaue einfach gleich mal So dann setze ich den jetzt noch hierhin Gleich Hoffentlich darf der auch gleich rausfahren Jetzt wäre er mich dumm wenn nicht So Einsammeln Und raus geht's Darf der gleich raus Oder muss er stehen bleiben Ne ich glaube er muss warten Ne er muss erst warten Hinten Finger zentral Macht Minus Kümmer ich mich auch gleich mal drum So Dann würde ich sagen War es das jetzt Erst mal Für diese Folge Und Ja Dann würde ich sagen Macht's gut Und Habt noch einen schönen Tag Und wir sehen uns dann Übermorgen In der nächsten Folge Von Ja Schönen Führer Jetzt ist mir glatt der Name Also bis dann Ciao